Der besten Gefall, ich bin nicht alleine, bei meinem Versweiler, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei, und er hat man nicht frei. Den sinzeren Kerl, das alles in ein, vergibliche Herde, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entwei, die Gedanken sind frei. Meine Gaba fällt auf, wie es die Gedanken ist. Nichts, ich weiß, was du hast, 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 du hast. Schleimchen, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Dann ist es, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, ich... ... bis hier, du hast. Der Steine Kante entendeu. Das Gewicht hat schon eine pizza, es war ein bisschen, Helde geht an die frische Luft, denn es ist gesund, es ist richtig schön, ein unterbelichtetes Bild, ohne Polizei, ohne Begleitschutz, sehr schön, jede Woche am Dienstag um 18 Uhr, alle herzlich willkommen, weil ich glaube, die Ölder freuen sich auf euch, freut ihr euch auch, wenn nächste Woche Dienstag noch mehr kommen? Soll nächste Woche noch mehr kommen? Guck mal, es ist sicher, es ist schön, es gibt Musik, es gibt gute Laune und es gibt tolle Ölderluft, für alle gesund.